Was ist dein Lieblingssong auf Generation Nassin und warum? Ich liebe Jump the Gun, Noises in the Wall, Dead City, die Titel-Track. Ich denke, das ganze Rekord, ich denke, von vorne zu hinten, ist es, ehrlich gesagt, mein Proudest Moment ist als Drummer. Ich meine, als ich in den Studio spiele, und ich spiele, wie ich spiele, die Parten, die ich mitgebracht habe. Kurt mir ein Skeleton gegeben hat. Hier ist die Demo, hier ist die Song, hier ist die Arrangement. Und als ich in die Drümmung mache, er hat mich einfach gemacht. Und es wirklich funktioniert gut. Und ich meine, natürlich, ich habe es wirklich zu Herz genommen. Ich weiß, was Metal Church ist und was die Boundaries sind und so weiter. Aber ich denke, der Rekord, von vorne zu hinten, ist wirklich stark. Und natürlich, es gibt ein paar Songs, die ich gesagt habe, die ich viel mag. Aber ich bin stolz auf das ganze Sache, ehrlich gesagt. Ja, es ist dein Recht, zu stolz auf sein. Ich denke, es ist ein tolles Rekord. Vielen Dank. Jeder hat wirklich auf dieses Rekord aufgenommen. Ich denke, und jeder war wirklich aufregend. Denn wir haben es mit einer neuen Anführung. Und wieder, alles selbst. Das macht das ganze Sache viel mehr aufregend. Und hast du eine Favourite Song? Oh, das stimmt. Und es ist lustig, weil alle die Songs waren so gut. Es gab eine großartige Debatte über die Aufregung der Songs. Was war zuerst. Und jeder hatte ihre Meinung. Und wenn es wirklich aufregend war, für mich war, ich war gut mit ihnen alle. Weil dieses Album, jede Song ist großartig. Suicide, ich denke, ist mein Favorit. Es hat die meisten Hits auf YouTube. Und es ist eine sehr dramatische Song. Und ich denke, es spricht wirklich auf das ganze Konzept des Albums. Ich würde auch sagen, ein Shoutout zu Media Horse. Das ist mein Favorit. Und das ist eine großartige Tune. Weil ich dachte, wenn es wurde konstruiert. Kurt hat es als, okay, du hast all diese Produkte. Du hast dein iPod, dein iPad, dein Computer. Du hast dein Handy. Du hast all diese Medien. Und du hast diese Hörst. Und du hast diese Hörst. All diese Medien. Ich habe es nicht so interpretiert. Ich kann es als ein Hörst. Das hat eine Karte auf der Kopf auf der Kopf. Um es zu führen. Um es zu führen. Um es zu führen. Das ist das, was passiert. Die Medien stellen es vor unserer Gesichter. Und alle sind einfach so. Oh. Wie Zombies. Folle auf. Folle auf. Whatever es dir zu tun. Okay, hier geht's. Und das ist einfach eine schlechte Nachricht. Wirkliche Nachricht. Bääde Nachricht. Das ist die Art, wie Karl M. immer die Dinge verliert. Sie fassen einfach nur die Stimme in China oder irgendwo. Und dein Favorit Song? Ah, mein Favorit Song. Ich meine, wenn ich einen hätte, hätte ich eine sagen, würde ich sagen, Probably Dead City. Und die Grund für das ist, weil es für mich, ich denke, es ist die meisten Mainstream, Commercial Song, das wir haben auf dem Album haben. Ich meine, ich liebe sie alle, natürlich. Aber wenn ich um die Straße, in meinem Auto, das ist die erste, die ich repeat, repeat, repeat. Und ich denke, es ist einfach ein Rocker. Es bringt mich zurück zu den Sachen, ich grew auf, was ein bisschen anders als das, aber es hat das Mainstream, Rock vibe zu es. und es tritt mich auf. Aber Generation Nothing, eine Titel-Track, das ist ein tolles Song, und es geht über ein tolles Live, und die Leute liebt es. Es sind alle Songs, ich meine, einige von ihnen, sie haben deep Konzepte zu ihnen, und ich denke, ich bin einfach nicht so tief, wie viele Leute. Ich bin der Schallow-Guy in der Band. Und ich bin der Schallow-Guy in der Band. Und ich bin der Schallow-Guy in der Band. Das ist richtig. Und was ist dein Lieblingssong für dich, live zu singen? Ich mag den ganzen Rekord, aber in den Songs auf diesem neuen Rekord, Hits Keep Coming, und Media Horse, die eigentlich war eigentlich als Media Horse. Ja. Weil sie haben das mid-Tippo, kind of head-banging feel zu ihnen. Und ich denke, wir sollten live ein Tag spielen. Cool. Und was ist dein Lieblingssong? Suicide. Das war mein Volk, als wir zwischen den Sequenzen und versucht haben, das herauszufinden. Das war wirklich cool, dass jeder eine andere Favourite-Song hatte. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Das ist, weshalb die Sequenzen war ein bisschen schwer. Aber ja, mein Favourite-Song ist Suicide, oder Generation Nothing, aber ich denke, es ist Suicide. Nur wegen der Arrangeungen. Cool. Und vielleicht eine letzte Frage über Rooming zusammen. Vielleicht Rooming zusammen. Kannst du? Vielleicht, erzähl mir etwas über das. Well, solange man sich nicht einen anderen liebt, kann man zusammen zusammen und das ist nicht der Fall. Wir lieben uns alle. Oh, das ist gut. Was war das verrätste, was du in der Band gemacht hast, als wir zusammen zusammen waren? Wir sind alle alten Männer hier und ich werde da nicht gehen. Ich kann auch das auch Ich denke, das ist so weit wie es geht. Okay, ist das wild? Wenn du jetzt über das sprachst, es ist nicht so verrückt. Wir können nicht sein. Aber wir haben unsere Momente und versuchen, das Metal zu halten, so zu sprechen. Wir fühlen, wie wir noch in der Rock. Ja, genau. Ja. Sie hat nicht den Mikrofon für diese Frage nicht gegeben. Ja, aber wir können das immer noch Wir können das nicht tun. Ich muss meinen Rocker nicht Ich bin der Baby der Band. Wir haben die freundlichen Räume. Das ist gut zu wissen. Ja, das ist gut zu wissen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ah, schau. Bitte, bitte, bitte. Aber es ist nur hinter. Ja, Leute, vielen Dank für dieses cooles Interview. Vielen Dank. Alles Gute für Ihr Zukunft. Vielen Dank. Mach ein anderes cooles Album, ich will es hören. Metal Up, Generation Nothing, pick it up. Ja, Bye Bye from the Music Interview Corner.